Die Aufnahme hat mal wieder unterbrochen. Jetzt läuft sie wieder. Ja, wir haben gerade eine ganze Menge Quests verpasst. Warum ist das immer so? Ich verstehe das nicht. Ich drücke drauf und dann ist es kurz an und dann geht es irgendwann wieder aus. Hä? Ach nein, ist das ja. Wen hat uns der Wind denn da? Aber ihr schaut euch auf dem Weg hierher nicht in den Fluss fallen lassen. Gut, das heißt, dass er anfängt, euch zu mögen. Wir haben ihn ja komplett ignoriert. Sollen wir diese Zeremonie hinter uns bringen? Jo. Ich halte nicht viel von Zerroningen. Also bringen wir es hinter uns. Jetzt redet er da hinten. Ich halte nicht mehr. Ach, Trommeln mal wieder. Ach, Quatsch. Würde ich nicht tun. Okay, dann ist es. Hiermit schwöre ich Lazahn Himmelshorn. Häuptling des Stammes der Himmelshorner. Ja, erneut Hochberg die Treue. Geil. Gemeinsam stehen wir für den Hochberg. Die Himmel des Hochbergs. Ding. GZ. So, jetzt müssen wir noch die, äh, Story-Quest machen, ne? Mhm. Spiel damit. Ja, ich glaube Hochberg machen wir wieder noch fertig, oder? Die zwei Quests. Ja. Guck mal. Torf Dubstampf? Hat das was mit Dubstep zu tun? Ja, bestimmt. Dubstomp. Eigentlich passt das. Wunderbar. Ja. Leider fehlt in der Mitte jetzt ein Part, was echt scheiße ist. Also wir haben gerade, was, was haben wir gemacht? Äh, wir haben hier die Himmelshorn-Sachen fertig gemacht und dann die Kobold-Quests hier. Äh, da. Aber im Prinzip war die ganze Aufnahme eigentlich nur, dass wir acht Stunden an einer HP rumgekämpft haben. Das fehlt jetzt in der Mitte, weil OBS irgendwie nicht wollte. Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, ich sollte, äh... Ja, großer Verlust war es wirklich nicht. Ich glaube, ich sollte die Aufnahme in Zukunft einfach, äh, immer per Klick standen, nicht per Flash. Wir müssen jetzt dort draußen nach dem Hammer suchen. Ich bin überzeugt, ein einzelnes Individuum. Weil ich musste einst eurem Vater versprechen, dies für euch zu tun. Bitte, diese Tradition ist wichtig für euer Volk. Und für euch. Der Vater ist wohl ein Volk, Geistwanderer-Ebenhorn auf dem Vater ist holen. Ich wusste, ihr würdet kommen. Müsst mich überhaupt folgen? Ne, er folgt uns, ne? Mhm. Ach, hier sind ja diese A-Teams. Oh, ist die A-Team-World-Quest wieder? Die war auch ätzend. Ach, kämpft der jetzt gegen den? Alter, Junge, läuft doch. Ja, meiner ist auch erst mal stehen geblieben. Jetzt ist er auch noch abgestiegen. Mich interessieren diese A-Teams nicht. Lauf da einfach weiter. Weil ich laufe immer nur so zwei Schritte vor, damit ich genauso schnell bin, wie der Geistwandler, aber der A-Team kommt nicht hinterher. Geilo! Geilo! Neltharionsmart. Ah, ich hab... Ich hab dich nicht gesehen, ich hab dich nicht gesehen. Und in einem Hort. Ich habe mich auf eurer Ankunft gefreut, Champion. Todesschwingen zum Trotz. Erlebt drei Videos. Bei mir sind diese Titanenplatten. Blum ist ein Schatz. Ich weiß. Ich glaube, ich muss hier kämpfen, komm mal hier hoch. Todesschwinge will diesen Titanenhammer also geheim halten. Vielleicht können wir ihn mit dieser Waffe besiegen. Ich muss näher. Ich habe keinen Seelen. Wir können das gar nicht zusammen machen, kann das sein. Ich bin aus der Reichweite. Ich bin aus der Reichweite. Ich bin aus der Reichweite. Hat doch noch ein paar Seiten. Das sehe ich. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Erdbeerblond. What? Ich bin aus der Reichweite. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Ich muss näher ran. Das ist zu weit entfernt. Haben wir es geschafft? Ja. Ich bin aus der Reichweite. Da waren wir ein paar. Über 200. Da waren wir 13. Meile auf dich zu prügeln. Bei dieser aggressiven Tauben. Dann müssen wir Wachen finden, die nicht von sterblicher Ansehnung. Gibt es etwas, das Todesschwinge sorgsam behütete? Etwas, das er euch nicht anvertrauen würde? Ich wüsste da vielleicht etwas. Die Sohn von meinem Hör. Na, wolltest du schon zu weit laufen? Ja. Einfach mal ausreplexen. Äh. Jetzt habe ich die Vision gar nicht. Weil du drauf... Ah, doch jetzt. Ne. Lass mich mal lieber draufdrücken, sonst habe ich keine Vision. Na, alles klar. König Azuriken. Hä, warum heißen die alle so? Müsste es nicht ein Königs Azuriken dann sein? Weil es eine Spezies ist? Nein, das sind alle Reichsbürger. Das sind alle selbsternannte Könige. Genau, Könige und Kaiser und Lords. Also, Lords. Das ist ein Scherz. Der Hammer und Todesschwinge waren beide Werkzeugen der Titane. Ich kann ihn nicht töten. Dutanisches Kräftemessen. Finde den Geist von, holen Hochberg und helft ihn. alles voller gold das ist zu weit entfernt ich bin der schwarm sagt das nicht sogar ja kann sein nee sie sagt euch für den schwarm aber sowas in der art sagt hier auch macht er noch zärt nur weil so ein paar Karabinen hat der Film ist eigentlich vor der Lappenwischung von 5 Drohbar fast zerklopft aber leider immer nicht verbannt 20% mehr und wir hätten nie diese Probleme mit ihm gehabt ja man, hätten wir uns eine Erdung gespart voll das schlechteste meiner meinung nach hm das stimmt ich nehm die Handschuhe ja nur halt das geheimes unterstützt Geist weil wir immer eine nette haben ok ok Ich muss zuerst etwas anvisieren. Wir sollten sie auf der Stelle zerstören. Es gibt noch andere Möglichkeiten, Verderbnis zu entfernen. Die Wächter, sie erwachen! Wir niemals aufgeben! Ich habe kein Seher. Doch die, die überleben, werden frei von Todeschwingen verdammt. Die Wächter. Sie wütten sich nur noch etwas länger vom Leiden, und eines der Eier beginnen zu schlüpfen. Weißt du, dass eigentlich ein harter Plottwist gewesen wäre? Was? Denn das, was hier enthüllt wird, wäre weiblich gewesen wäre. Da ist er, ich büß sie an. Ein Welpling hat überlebt, so winzig, mit kleinen schwarzen Hörnern. Ich nenne euch Ebenhorn. Oh, er ist ein fahrzer Drachen. Und durch die gute Hulms gewann seine Familie ihren ältesten Verbündeten. Mich, grüße Champion. Ein Typ mit 10 Millionen HP. Was? Wie? Die? Die ganze Zeit über? Mylar, ich bin noch der gleiche Geistwandler, den ihr euer Leben lang kanntet. Ein Wort ist gehalten. Seid versichert, was auch passieren mag. Ich diene dem Oberhäuptling. Und daher ist mir die folgende Handlung eine große Ehre. Mylar Hochberg, hiermit erkläre ich euch zum Oberhäuptling. Möge eure Herrschaft lang und weise sein. Die Hintertür fliegt aus dem Hort. Ja, weil jetzt gibt es noch zwei lebende schwarze Drachen. Eigentlich haben sie hier mit dem ganzen Plot mit Wrathion, wie heißt der, Furorion, total obsolet gemacht. War scheiße, nö, ist egal. Es gibt noch zwei. Es gibt noch zwei. Jetzt fehlt nur noch ein Weibchen. Die Hintertür fliegt aus dem Hort. Jetzt kommt der nutzloseste Flugpunkt ever. Können wir aufmauen. Du gehst auch gerade, ne? Mhm. Du bist du. Ich muss mir einfach einmal anfangen zu bedenken. Ach, ist eine Hürde, der kann doch nicht reiten. Ja, ist genauso wie bei der Karazan-Quest. Oh, ist, ist Legion, ich kann eh nicht fliegen. Da merkst du aber, ach, ich bin ja, ich bin ja auf Azeroth. Äh, beziehungsweise auf Ender-Esseren, Königreich und Sohn. Das muss doch hier richtig langweilig sein, am Ende der Höhle. Ich bin Meiler. Ich bin der Oberhäuptling. Höht, die Parierchance um vier Prozent. Oh, ne, nicht. Unsere Stämme stehen vereint. Der Oberhäuptling spricht mit Meiler Hochbeck in der Tote. Wir haben die Clans vereint und ein Boss gefunden. Vor allem die Quest, die jetzt kommt, die dauert doch irgendwie nur zehn Sekunden oder so. Oder? Oder muss man da noch irgendwas... Ne, stimmt, man muss noch was machen, okay. Ein paar Minuten müssen wir noch. Ja, als Werner war auch nicht. Ja, ich weiß, aber man muss noch was Produktives machen. Ich dachte, jetzt kommt wirklich so wie in Asuna einfach nur... Nein, in Asuna war da doch nicht so, aber halt wirklich nur so, ja, gib mal ab, gib mal. Halt so ein Quatsch. Sag mal, wie war das in... Ja, tatsächlich, in Vajara muss man tatsächlich das Artefakt nicht holen. In der Instanz, das kriegt man ja vorher. Ja, ja. Ja, ich kann das in Asuna bewegungen. Ja, ja. Ja, ausw aspect.